ob sie wechseln mal die keule dass ich keine pfeile aus für sehen abschießen du kannst kein lager aufbauen ja ich glaube man kann nur eins ja nehmen es gibt mehr wir müssen nur das hauptlager anscheinend level dann geht das um die wilde war da oben werden gerade von hier drin finde ich gut sollte ruhig jetzt eigentlich gegenüber bist du aber ich überlege ob ich jetzt überhaupt auf youtube hochladen weil youtube hat den algorithmus für let's play erschlechtert junge wie stark ist der bitte dieser fein dein namen ist dann gerade in japanischen schriftzeichen japanische schriftzeichen heißt ja ich hatte nur ein fein ich habe ich bin schon wieder hungrig also esse ich ein ei mehr habe ich nicht dabei musst du reich halten habe ich glaube ich kämpft doch feuerpfeiler habe ich sogar mir fehlt heute und ich brauche mal schnell welche ich habe meine monster jetzt auch nicht dabei ist echt scheiße also ich das eine grüne was richtig stark ist ich dachte ich könnte hierher schnell reisen kann ich jetzt nicht holz holz ich das denn was holz und steine wir müssen das hauptlager erhöhen steht da wie kann man das da machen also nicht das hauptlager ist anscheinend schon auf stufe 7 5 sorry müsste es auf sieben erhöhen wir müssen es auf sieben erhöhen nur noch ein stein hier sind ja dann vielleicht eine planänderung wollen wir vielleicht erstmal die base auf 7 aufbauen und dann hier eine zweite base aufbauen dann können wir zwischen den base hin und her und müssen das hier in diese fläche wolltest du wo ich jetzt stehe ja genau in diese große fläche also 15 feine doch nicht lang weil es halt eine große fläche sehen ist ziemlich flach die kannst du echt viel aufbauen und ich dachte wir müssen nicht jedes mal zurück um die monster zu holen pokémons kannst du doch wechseln über eins und drei ja aber ich habe doch den einen ablegen müssen weil er wieder werden muss ach so stimmt muss ein scharf fangen dann habe ich meine quest erfüllt ach fange fünf ja ja aber ich muss kurz erstmal pfeile machen als ich habe voll mit einem pfeil 500 schaden gemacht was hast du für feile genommen feuerfeil mit meiner links mit meinem feuerbogen das ist ordentlich ja normalerweise mache ich so 70 schaden oder so zumindest an bäume ich habe eine paar ausrüstungswerkbank und baustatue der kraft das brauchst du dafür euch jetzt noch steiner hier vorne habe ich habe mir nicht noch steiner in der kiste das muss ich ja hier ausbauen ich komme jetzt auch dahin dann gucke ich ob ich dir helfen kann ja helfen brauchst du nicht beim aufbauen da hätten wir ja die allem uns materialmäßig was du eigentlich diese kräfte dann kommt die natürlich hier kommt denn noch ein schäfchen da kommen meine fleißigen schäfchen und ich habe schon da und immer noch wir wissen so schnell zu seiner base gekommen reportiert von wo aus und der schnelle reise star tour die da irgendwo steht ok die muss ich jetzt freischalten ich habe sie gesehen hier kann ich meine palz verstärken oh 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 diese schaf ist so stark ich bin tot das ist nicht gut und dabei konnte ich noch nicht mal meinen links aktivieren hier mein punkt aber die schnell reisen kann hierher ich war direkt davor warum sind ja auch immer sie ich weiß nicht da war so ein aggressives lot das problem ist kann dorthin nicht schnell reisen und noch keinen annähernden punkt habe ich dahin kommen jetzt zu deiner base ich sehe deine base nicht ich kann mich noch nicht mal deine base teleportieren hast du das nicht schon gemacht doch hier das ist eine base dann nehme ich mir nämlich das eine hier mit diese eine schaffe der hat so ein skill gemacht der sonne war so ein re der hat one hat kassiert von dem ausrüstungswerkbank abrichten erst freischalten die haben auch verschiedene fähigkeiten ich habe gerade ein paar eingesetzt das ist handwerksmeister und ganz 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 viele feine nach oben okay von meinen hand von meinen links den ich hatte ich gehe mal in mein loot holen weiß gar nicht wo ich hin muss kann man kann auch hier oben anscheinend hier so schön am fenster so fliege viel würde das einigen um einiges erleichtern und mount auf dem man reiten kann ja oder zumindest ein so ein fliegendes oder abheben kannst hier kann ich dieses halsband warten das ist dann immer frei rumlaufen kann kann mir rückendeckung geben während ich ein anderes einsetzen das wäre cool ja das ist ja richtig cool oder wenn es zumindest reitbar wäre dadurch durch das halsband ne das leider nicht das ist ja nur so ein kleines ding jose scharf was ich hier habe ne das hat so ein skill gemacht da hat so ein lila einem ball abgeworfen und das gegen der gegner war dann also der hat nur ein hit kassiert da waren vortrag es war für krass ich glaube das habe ich ihn aus versehen gebracht ja ich konnte ich habe was zu essen gesucht für das ding für das schaf und da habe ich gesehen dass du das bei denen einsetzen kannst du nicht dachte das gibt ihnen einfach sättigungsgefühl wenn es benutzen kann dann ist es ist es bestimmt weiß ja keine ahnung jetzt hat es geht durch aktiviere jetzt schnell diesen punkt bessere mal die lager auch bau steinbruch bauer holzfäller lage bauzer kleinerer oh ich kann auf meinem hund reiten was das ist ja geil turm des rhein syndikat am boss kampf teilnehmen du hast ungenutzte start wir können so ein boss kampf machen wenn du möchtest ja jetzt aber gerade das lager aus holz und stein holz und stein holz und stein ja ja eigentlich kann ich von diesem teleportier punkt aus auch zu dir oder müsste gehen also in die base hier ja wieder zurück holz und stein habe ich ein paar ja ich komme da bist du da bist du hier gibt ja einfach gut ich habe jetzt nicht so viel aber ich glaube das was ich habe und reichen was brauchst du noch holz und stein noch mehr noch mehr wovon brauchst du mehr beiden ok dann fälle ich erstmal ein paar bäume es ist auch schön ist dass das alles nicht umfallen kann und in deine base fällt dass er alles kaputt ist wie manche anderen spielen ja ich denke da auch an bevor es damals ja ja ich auch das war echt belastet dass sie sogar auf youtube das video ja oder ich glaube sogar auf dings noch hat man dass ich ganz kurz irgendwie auf instagram habe ich glaube ich auch auf meinem account holzfäller werkstatt was auch immer hier wo bist du ich habe noch ein bisschen holz habe ich kann nicht mehr springen kannst du holen wir brauchen nicht mehr holz zu fahren außen zu bluten wir haben jetzt hier so eine farm wo wir einfach holz abbauen können was wir brauchen das ist einfach davor da kannst zu 9999 holz also was welches ding baust du gerade aus weil ich habe ich habe gerade holz aber ich weiß nicht wohin damit ich bin im lager also ich brauche für welches ding brauchst du das für ein zerkleinerer und für das steinwerk teilen zu ach so dann kann ich dann nochmal holz geben dann kannst du gucken das braucht ein kleinere jetzt brauchst du stein donne glaube ich brauche immer noch holz kann auch noch ein bisschen holz abbauen gleich du trägst so viele gegenstände mit dir so viele gegenstände mit da kann ich auch nicht klettern also ich brauche jetzt steine genau 30 stück zirka ob ich holz noch braucht wenn das steht eigentlich braucht 49 steine ich suche welche ich habe gerade 14 entweder ist mein mausrad kaputt oder der wechsel nicht auf die spitzhacke das ist normal das habe ich ja auch hat das spiel auch noch ein kleines problemchen das ist kein stein das ist erz aber man kann die blau pausen nicht platzieren ich habe jetzt 24 stein sammeln noch ein bisschen was da komme ich ja stimmt ja ich vergesse ständig dass ich ja noch ein kleid aber kannst du bergab oder ja ist kein flugzeug brauchst du antrieb ich habe 61 steine cool lauf am besten zur base ansonsten kannst du da nicht mehr hinlaufen wenn ich es jetzt gebe ich habe nämlich auch schon zu viele gegenstände wo kann wo brauchst du es ja ich versuche es hier mit hinzubauen ich kann nicht springen jetzt bin ich oben jetzt steht er unten ich komme hoch hier kann ich es nicht hinbauen und wenn du hier es ist kannst du holz einfach ich kann mich gar nicht bewegen und hier bauen und dann kann man hier jetzt dann die steine fahren ist praktisch damit aufbauen indem wir einfach die sache als hin und her vor wenn wir da diese einmal diesen punkt hin bauen wo wir teleportieren können ja nachkommen die schafe nicht mal zum helfen soll ich mal stornieren nein die haben hunger deswegen kommen die nicht muss futtern den druck machen was fressen die denn so wären ja alles was so ein wirst ok ok kann man kann ab und muss sich rum suchen so was brauchen wir noch lagerstufe 7 jetzt dürften wir es dort positionieren können wir sehen wie das sind wir wie bis bis Untertitelung des ZDF, 2020